Jetzt eine kleine Folge zwischendurch für euch, die letzte war ja recht aufwendig, da habe ich sehr, sehr viel recherchiert und sehr viel Zeit investiert. Für die habe ich mir jetzt einfach nur ein paar Notizen gemacht, weil ich einfach nur diesen Podcast wieder nutzen möchte, um meine Gedanken zu einem Thema zu teilen. Und zwar heute, beziehungsweise jetzt in diesem Podcast zum Thema Haustiere. Ich glaube, das war Folge so um die 30er-Folgen rum, also schon einige Folgen weiter nach hinten, müsst ihr da scrollen. Da habe ich mal über Haustiere schon gesprochen, hier und da natürlich auch mal. Aber ich wollte einfach nochmal meine aktuellen Gedanken wiedergeben, haben ja bestimmt nicht alle Leute diesen alten Podcast gehört. Von daher einfach hier nochmal so ein grober Überblick, was ich zum Thema Haustiere überhaupt denke. Da frage ich mich zuerst, aus welchem Grund wollen Menschen überhaupt Haustiere haben oder mit Tieren zusammenleben? Für viele ist es wahrscheinlich leider einfach nur ein Statussymbol. Für die Leute, die noch nicht ganz ihr Herz verloren haben, haben vielleicht das Interesse, mit einem Tier zusammenzuleben, weil sie denken, es ist vielleicht schön, mit einem Tier zu leben. Ich kann dem Tier ein schönes Leben bieten, mit dem spielen oder auch natürlich viele Menschen mehr aus Ego-Sicht getrieben und denken sich vielleicht, dann habe ich jemanden zum Kuscheln. Ich habe jemanden, mit dem ich reden kann, jemand ist für mich da, jemand freut sich, wenn ich nach Hause komme, ich kann mich um jemanden kümmern. Das sind ja alles Sachen, die auch Spaß machen können oder die jemanden erfüllen können. Und das produzieren dann viele Menschen, denke ich mal, auf so ein Tier drauf und schaffen sich ein Tier an, aus diesen Gründen. Was nicht per se schlecht ist, kommt natürlich darauf an, ob das Tier jetzt extra gezüchtet wurde oder nicht. Auf den Unterschied kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Das heißt, Menschen wollen generell mit Tieren leben, weil sie eben in diesem Tier eine weitere Person sehen, würde ich sagen. Ein Lebewesen, mit dem sie ihr Leben teilen können. Lustig, dass auf der anderen Seite die meisten Menschen, die mit Haustieren zusammenleben, ja nicht vegan leben. Das heißt, auf der einen Seite wollen sie mit Tieren leben, weil sie diesem Tier eine Persönlichkeit zusprechen und verschiedene Eigenschaften zusprechen. Auf der anderen Seite sprechen sie anderen Tieren aber komplett ihre Persönlichkeit ab. Und wenn man dann mit diesen Menschen redet über andere Tiere, die sogenannten Nutztiere oder Ausnutztiere, wäre das passendere Wort, dann kommen sowas, ja das sind ja nur Schweine, das sind ja nur Kühe, die sind dafür da, die fühlen nichts, bla bla bla. Und wenn man sagen würde, dass es eine Person ist, eine nichtmenschliche Person, würde man wahrscheinlich für verrückt erklärt werden. Während, wenn man jetzt einen Hund als Person bezeichnet oder als Lebewesen mit Persönlichkeit, ist das völlig selbstverständlich und würde nicht auf so viel Gegenwind stoßen. Das ist nur wieder die Heuchlerei an dieser Stelle. Die einen Tiere lieben, die anderen essen. Also dem einen komplett das Recht auf Existenz absprechen. Es ist aber so, dass nur aus mangelnder Sozialkompetenz heraus, also wenn jemand sich alleine fühlt, eben zum Beispiel aufgrund von mangelnder Sozialkompetenz und deshalb ein Tier anschafft, was extra dafür gezüchtet wurde, ist das natürlich vollkommen nicht okay. Also nur aus mangelnder Sozialkompetenz ein Tier zu züchten, was quasi dann wehrlos ist, mit dem man gezwungenermaßen dann aus Sicht des Tieres das Leben verbringt, ist natürlich absolut nicht okay. Vor allem nicht, vor allem nicht bei der aktuellen Situation mit vollen Tierheimen. Es gibt so viele Tiere im Tierheim, auf der Straße, in sonst was für Situationen, die gerettet werden müssen oder wollen. Und das zu ignorieren und zu sagen, ne, ich will mir ein eigenes züchten oder züchten lassen, finde ich absolut nicht in Ordnung. Das heißt, Menschen wollen lieber ein neues Tier haben, ein frisches Tier, wie man es auch immer bezeichnen will. Unbefleckt ist ein ganz, ganz falsches Wort in dem Kontext. Ein ungeformtes Tier vielleicht, wo man komplett von vorne anfangen kann. Was vielleicht auch von der Idee her cool ist, natürlich ist das süß, Hundewelpen zu haben, man kann ihm alles beibringen und alles zeigen und so weiter. Ja, aber wenn man das Ego wieder kurz hinten anstellt und sagt, okay, was bedeutet das für das Tier? Beziehungsweise, was bedeutet das für die Tiere im Tierheim, die dann eben nicht einen schönen Platz zu Hause irgendwo bekommen, auf einer warmen Decke, sondern weiterhin auf dem kalten Betonboden verrecken müssen, ne? Weil, wenn man ein Tier nicht züchtet, also erst gar nicht in die Existenz bringt, richtet man ja keinen Schaden an. Das ist ja wie, wenn man sich dazu entscheidet, kein Kind zu haben. Dann richtet man ja keinen Schaden an. Währenddessen, wenn man ein Tier quasi, also wenn man, ich weiß nicht ganz, ob das richtig Sinn macht, aber wenn ich schon ein Tier aufnehmen möchte und ich habe jetzt die Wahl, eins aus dem Tierheim zu retten oder eins zu züchten, dann wäre die Variante, die Züchtung zu wählen, natürlich unethisch, weil das würde bedeuten, dass ein anderes Tier leidet, was es sonst nicht würde. Das heißt, dabei geht es keineswegs um das Tier, wenn jemand sich dafür entscheidet, in meinen Augen, wenn jemand sich dafür entscheidet, ein Tier zu Hause zu haben und geht zum Züchter oder zur Züchterin, dann geht es hier in meinen Augen überhaupt nicht um das Tier, sondern nur um das eigene Ego, zum Beispiel jetzt einen Hund haben zu wollen, eine Katze haben zu wollen, was auch immer für ein Tier haben zu wollen, um ein bestimmtes Bild nach außen zu tragen. Das heißt, man kann sich dann den Hund so aussuchen, dass er genau das Fell hat, was man will, genau die Rasse, die man will, um eben ein bestimmtes Bild nach außen zu tragen. Dabei geht es überhaupt nicht um das Tier, in meinen Augen. Dass eben diese anderen Tiere im Tierheim verrecken, verenden, das juckt diese Leute einfach nicht. Die wollen lieber, also das verstehe ich, das muss ich so oft sagen, ich verstehe es nicht, wie man so ein grausamer Mensch sein kann. Viele haben sich wahrscheinlich auch nicht Gedanken darüber gemacht oder haben Vorurteile gegenüber Tieren aus dem Tierheim. Aber wenn jemand sich so komplett unbedacht einfach dafür entscheidet oder wissentlich, okay, es gibt Tierheime, gut, das weiß jeder, aber nee, ich gehe lieber zum Züchter, das finde ich sehr, sehr verwerflich. Und viele haben vielleicht auch dieses Vorurteil, dann habe ich auch ganz oft schon gehört, Ja, aber im Tierheim, die sind alle aggressiv, die Hunde, die kann man nicht erziehen, als wenn man einen Hund zwangsläufig erziehen müsste. Und die bellen alle und die können nicht mit Kindern und hier und da und was auch immer, die beißen und Kampfhunde, alles mögliche. Überhaupt nicht der Fall. Ich habe selber, wie soll ich sagen, haben selber einen Hund aus dem Tierheim adoptiert vor fünfeinhalb Monaten ungefähr. Ja, das ist die liebste Seele. Als wir ihn zum ersten Mal gesehen haben im Tierheim, hat er uns auch nur angebellt, weil das ganze Tierheim gebellt hat. Alle haben gebellt, dann hat er natürlich mitgebellt. So, auf dem Spaziergang hat er dann gar nicht mehr gebellt, war aber immer noch sehr skeptisch, war sehr ängstlich. Und auf den ersten Blick hätte man sagen können, boah, das ist so viel Anstrengung, so einen Hund aufzunehmen. Der ist so skeptisch, der hat Angst vor allem, muss man sich so viel Mühe geben. Wir haben da auch einen eigenen Podcast zu gemacht, könnte auch ein bisschen, ja so circa fünf Monate zurückscrollen. Ist auch ein Video auf meinem YouTube-Kanal zu finden. Wo ich mit meiner Freundin über den Sky gesprochen habe, beziehungsweise über die Adoption von ihm. Ist ein sehr schönes Video, finde ich. Könnt ihr euch gerne anschauen. Findet ihr, wie gesagt, auf YouTube und die Audio-Version auch hier auf dem Podcast. Das heißt, glaube ich, wir haben eine Familie gegründet oder so. Ein bisschen clickbaity, aber das passt schon. Worauf wollte ich hinaus eigentlich? Ja, und jetzt ist die liebste Seele der Welt. Das ist die liebste Seele, der kommt andauernd zum Kuscheln, wenn er nur eine Stunde einen nicht sieht und man setzt sich auf die Couch. Und er liegt auch auf der Couch. Dann reicht das nicht, wenn er einen Meter nah an mir oder an meiner Freundin dran ist. Nee, dann muss er noch näher kommen und robbt sich richtig in einen rein. Ja, ist der süßeste Hund. Der ist der liebste Hund. Der tut keinem was draußen. Der bellt andere Hunde nicht an. Der knurrt nicht. Ist null aggressiv. Verpisst sich, wenn er irgendwie Stress zieht, also würde niemals irgendwas tun. Ja, warum sage ich das? Solche Hunde gibt es noch und nöcher, sagt man ja so schön, im Tierheim. Das ist voll mit ihnen. Die sind doch nicht alle aggressiv. Natürlich gibt es aggressive Hunde im Tierheim, die vielleicht ein richtig scheiß Leben hatten bisher. Also ein scheiß Leben hatten die alle, aber vielleicht geschlagen wurden, ausgebeutet wurden, in welchen Formen auch immer. Aber natürlich sind die aggressiv. Du wärst auch aggressiv, wenn du an deren Position wärst. Die würde entscheiden, du musst jetzt ins Tierheim, weil jemand keinen Bock mehr auf dich hat. Wirst du wahrscheinlich auch aggressiv werden. Aber auch für die Hunde gibt es ja noch Hoffnung, weil es auch Menschen gibt, die sich sehr gut mit Verhaltensweisen von Hunden auskennen, sehr, sehr viel Zeit haben, sehr, sehr viel Muße haben und Ruhe haben und diesen Hunden dann noch ein schönes Leben bieten können. Aber genauso gibt es auch einen Haufen Hunde, die im Tierheim sind, die, wie gesagt, die liebsten Hunde sind, null aggressiv sind. Und warum kann man denn nicht die adoptieren? Es gibt sogar Hundewelpen, um Himmels Willen, im Tierheim. Also warum muss man dann noch neue Hunde züchten? Das ist doch absolut, absolut Banane. Aber dann ist es eben, dann kommt es nämlich darauf hinaus, ja, aber das ist nicht ganz die Rasse, die ich wollte. Ich wollte eigentlich einen Pudel haben und das andere ist so ein komischer Pudel-Mix und da ist so ein bisschen Grau im Fell. Und ich weiß nicht, der ist ja auch schon fünf Jahre alt und vielleicht hat der schon irgendwie eine Krankheit oder vielleicht hat der irgendeinen Tick oder, na, ich weiß ja nicht. Und das ist so schade, weil es geht den Leuten dann offensichtlich überhaupt nicht um das Wohl der Tiere, sondern nur um das eigene Ego, um irgendein Bild nach außen zu tragen, um Langeweile auszugleichen, mangelnde Sozialkompetenz auszugleichen und so weiter. Jetzt habe ich natürlich die ganze Zeit Hunde als Beispiel genannt. Das gilt aber nicht nur für Hunde, ich habe natürlich das als prominentes Beispiel, weil das so das Haustier schlechthin ist in Deutschland, denke ich. Wobei, glaube ich, zahlenmäßig Fische weiter vorne sind. Aber, ja, es geht natürlich genauso für alle anderen Tiere. Das heißt für Katzen im Tierheim, für Hasen, für Meerschweinchen, für alle Tiere, Reptilien, Vögel und so weiter. Aber Menschen denken ja leider nicht so weit, dass diese Tiere eben auch Personen sind und auch leiden können. Und das spiegelt sich dann auch da wieder, wenn Leute generell darüber nachdenken, soll ich ein Tier haben oder nicht. Und im schlimmsten Fall, wie gesagt, zum Züchter gehen und denken überhaupt nicht dran, ja, was bedeutet denn das für das Tier? Nicht nur, was bedeutet das für die Tiere, die dann im Tierheim nicht gerettet werden, sondern was bedeutet das auch für dieses gezüchtete Tier, wenn das zum Beispiel acht Stunden lang zu Hause ist, alleine, weil die meisten Menschen, sind wir mal ehrlich, gehen von acht bis vier arbeiten. Das ist so die Norm. Und ich würde auch mal sagen, dass die meisten Menschen, die ein Hund oder anderes Tier zu Hause haben, auch in dieser Zeit arbeiten gehen oder plus minus zwei Stunden. Das heißt mal, gute acht Stunden am Tag wird dieses Tier alleine sein. Wie gerechtfertigt ist es denn überhaupt, jemanden zu züchten, wie ein Hund oder eine Katze, wenn man schon weiß, dass die meiste Zeit von dem Leben von diesem Tier, das Tier in Einsamkeit ist. Das ist doch nicht richtig. Man würde ja auch hoffentlich nicht, die meisten machen es, ein Menschenkind in die Welt setzen, wenn ich schon vorher weiß, ich arbeite sowieso zehn Stunden am Tag und dieses Kind ist den ganzen Tag alleine. Oder muss ab Jahr eins in die Kita, das ist doch auch nicht in Ordnung. Wenn ich vorher weiß, ich habe keine Zeit dafür oder kann mir die Zeit nicht nehmen, dann mache ich es nicht. Aber daran denken die Leute nicht. Bei Kindern denken sie nicht daran, also bei menschlichen Kindern. Und wenn sie andere Tiere züchten lassen, denken sie genauso wenig daran, in meinen Augen. Und die Hunde sitzen dann den ganzen Tag allein zu Hause, was natürlich auch ein Riesenleid für die Menschen ist. Und da muss man darüber sprechen, wenn man über Haustierhaltung spricht, dass für die meisten Tiere das einfach nur grausam ist, wahrscheinlich den ganzen Tag alleine zu Hause zu sein. Bei Hunden ist es ja noch die eine Sache, denen wird sich dann wahrscheinlich noch halbwegs beschäftigt. Die müssen zumindest rausgehen. Katzen, vielleicht manche schon weniger, auch noch ein bisschen. Aber wenn wir dann auch über andere Tiere sprechen, wie Kleintiere, Häschen, Meerschweinchen, Hamster, Mäuse, Ratten, Fische. Wenn man da mal einen schlechten Tag hat, dann kümmert man sich vielleicht auch gar nicht um die Tiere. Macht gleich ein bisschen frisches Wasser rein, ein bisschen neues Futter und das war es dann. Die kriegen dann keinen Kuschel, keine Aufmerksamkeit, keinen Spaziergang, kein nichts. Das heißt, die verbringen einfach ihr ganzes Leben allein in so einem Käfig, nur weil irgendjemand jetzt gerade eine Maus haben wollte oder einen Hasen haben wollte und der dafür extra gezüchtet wurde, während andere Tiere im Tierheim verrecken. Also über diese Dinge muss man sich Gedanken machen und muss man auch ansprechen, finde ich. Kommen wir nochmal kurz zu den anderen Konsequenzen zu sprechen, die darin resultieren, wenn man Tiere züchtet. Natürlich auch für gerettete Tiere, aber gut, kann man jetzt nicht viel machen, die Tiere sind so oder so da. Denkt mal drüber nach, wie viel Müll das auch bedeutet für unsere Welt. Tiere verbrauchen ja, genauso wie wir, Ressourcen. Das ist die eine Sache. Könnte ja sogar über CO2-Ausstoß und so weiter sprechen, will ich aber gar nicht, weil weiß ich nicht, wie effektiv oder wie sinnvoll das ist, überhaupt darüber zu sprechen. Aber was natürlich ein akutes Problem ist, ist zum Beispiel der Müll, der durch Tiere entsteht. Das heißt durch Futter, das muss irgendwo eingepackt sein, vor allem Nassfutter in so kleinen Minidöschen, auch Katzenfutter in so Minidöschen. Das macht natürlich einen Haufen Müll. Die Leckerchen sind einzeln eingepackt, Plastik und so weiter. Geht natürlich alles auch ohne. Gibt auch Möglichkeiten, aber gucken wir da Tatsache ins Auge. Für die meisten bedeutet das einfach, fertiges Futter im Supermarkt oder online zu bestellen, was natürlich viel Müll bedeutet. Auch sowas wie Kotbeutel. Jetzt haben sie ja gut, die paar Kotbeutel. Also guckt euch mal ruhig, macht euch mal den kurzen Aufwand und recherchiert mal, wie viele Hunde es in Deutschland gibt. Und dann nehmt euch mal irgendeine Zahl, von mir aus 1 bis 3, wie viele Kotbeutel am Tag genutzt werden. Für die Menschen, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, den Hund im Wald laufen zu lassen, wo das vielleicht nicht das Problem ist, aber die in der Stadt leben. Oder wo die Hunde auf dem Bürgersteig machen oder in irgendeinen Park machen, wo man es dann halt aufsammelt. Wie gesagt, macht ihr die Anzahl von Hunden mal 1 bis 3 Kotbeutel am Tag. Und dann habt ihr die Menge an Kotbeuteln nur in Deutschland. Die pro Tag, Jahr, was auch immer verbraucht wird. Und dann macht ihr euch noch die Mühe, wie viel Gramm so ein Kotbeutel wiegt oder wie viel Zehen wiegen, was auch immer. Und dann rechnet ihr einfach mal aus, wie viel Kilogramm, wie viele Tonnen Plastikmüll nur diese Kotbeutel bedeuten. Da muss man natürlich auch drüber sprechen, weil das stellt natürlich ein akutes Problem für unsere Mitwelt dar. Wenn hier plötzlich mehrere Tonnen, hunderte Tonnen wahrscheinlich, an Plastikmüll jedes Jahr in Umlauf geraten, nur damit man Kacke aufsammeln kann. Von Tieren, die es normalerweise nicht geben müsste. Wie gesagt, schlimm genug, dass es die Tiere gibt, die im Tierheim sind. Die soll man bitte aufnehmen. Und ja, gut, dann bedeutet das halt, dass man den Kot einsammeln muss. Aber extra neue Tiere zu züchten, was Leid für die Tiere bedeutet, wie ich gesagt habe, und noch ein Müllproblem verursacht, ist natürlich eine Doppelkacke. Das heißt, Müll durch Futter, Müll durch Kotbeutel. Auch über das Thema Tierquälerei für Tierfutter muss man natürlich sprechen. Auch hier wieder. Klar, Hunde können veganer nett werden. Bei Katzen geht es prinzipiell auch. Es wird hier und da ein bisschen aufwendiger, ein bisschen komplizierter vielleicht. Bei Nagetieren und so weiter kein Problem. Aber es gibt natürlich auch Tiere, die Carnivore ernährt werden. Nicht müssen, aber wo es halt schwierig, bis je nach Lebenssituation unmöglich ist, veganes Futter quasi zu bekommen. Das gilt vielleicht für manche Katzen. Das gilt aber auch für Reptilien, Eidechsen, Schlangen, welche Tiere auch immer. Das heißt, schlimm genug auch hier wieder, dass es diese Tiere bereits gibt, die in Tierheimen sind. Wenn man die rettet, man irgendwie dafür sorgen muss, dass die eben entsprechendes Futter bekommen. Was mich auch ankotzt, dass es so ist, aber es ist nun mal eben so. Aber jetzt noch ein extra Tier zu züchten, wo man schon vorher weiß, das resultiert in Tierquälerei durch das Tierfutter, was diese Tiere brauchen. Da verstehe ich den Sinn davon auch nicht. Also habt nicht die Illusion, ja gut für Katzenfutter, das sind irgendwelche Reste, die irgendwo verbraucht werden. Und das trägt genauso zu der Kette bei, wie Leder zu kaufen. Da habe ich ja auch im letzten Podcast darüber gesprochen, Leder ist nicht ein Abfallprodukt von der Fleischindustrie. Es ist einfach ein weiteres Produkt, was aus Tieren gewonnen wird. Eine Kuh wird geschlachtet und die Haut wird verkauft, das Fleisch wird verkauft, die Organe werden verkauft etc. Das eine ist nicht ein Nebenprodukt vom anderen. Niemand würde sagen, Steak ist ein Nebenprodukt von Leberwurst. Das sind beides zwei tierische Produkte. Und niemand würde im Supermarkt gehen, ja gut, die Leberwurst kaufe ich jetzt, weil das Tier war sowieso schon tot. Das macht ja auch keinen Sinn. Das heißt, Katzenfutter ist auch nicht ein Nebenprodukt von irgendwie Resten oder so. Das ist genau so ein Teil, was dazu beiträgt, dass mehr Tiere geschlachtet werden am Ende des Tages. Oder Fische aus dem Ozean gezogen werden. Oder Hühner geschlachtet werden, was auch immer. Das gleiche gilt natürlich auch für Schlangen oder andere eben, Karnivore, Tiere. Allein deshalb sollten diese Tiere schon nicht gezüchtet werden, denke ich. Es ist, wie gesagt, schlimm genug, dass es geschehen ist, dass diese Tiere in meinen Augen durch menschliches Versagen hier sind auf dieser Welt. Und Schaden anrichten. Züchten, da können die Tiere jetzt aber nichts für. Aber umso schlimmer wäre es natürlich, jetzt extra neue Tiere zu züchten, die dann noch mehr Leid, Müll, Tierleid und so weiter verursachen. Lass uns noch kurz über veganes Futter sprechen. Bei Hunden, wie gesagt, habe ich ja auch schon in anderen Podcast-Folgen darüber gesprochen. Easy, kein Problem. Wenn es möglich ist, wenn jetzt jemand zuhört und hat eine Katze zu Hause, versuch zumindest veganes Futter dieser Katze anzubieten. Für viele Katzen klappt das. Bei manchen, ja, kann es aufwärtiger sein. Da bin ich auch nicht der Experte. Aber ich weiß, dass es geht, weil meine Freundin hat auch, beziehungsweise Schwiegereltern, sollte ich sagen, in Frankreich, die haben auch zwei Katzen, die sie versorgen. Und die bekommen auch veganes Futter und die leben auch noch. Ja, und die eine Katze ist auch schon, ich glaube, rund 13 Jahre alt. Wurde erst mit 13 Jahren quasi von jetzt auf gleich umgestellt auf dieses vegane Futter und hat es ohne Probleme angenommen. Die Katze lebt und der geht es gut und die ist gesund und so weiter und so fort. Aber wenn jetzt jemand sagen will, ja, aber das ist nicht artgerecht, ja, dann schalt den Podcast ab und leck mich am Arsch. So, habe ich keinen Bock, darüber zu diskutieren. Das ist auf jeden Fall die ethische Variante, veganes Futter zu kaufen und dafür zu sorgen, dass auf der einen Seite das Tier natürlich versorgt wird mit Nährstoffen, mit leckerem Futter, auf der anderen Seite nicht dafür andere Tiere leiden müssen. Weil es macht keinen Sinn, eine Katze am Leben zu halten, während man dafür unzählige andere leiden lässt. Das heißt, ich denke, selbst wenn man ein karnivores Tier zu Hause hat oder ein Tier, was tierisches Futter benötigt, zu Hause hat, gerettet im besten Fall, hat man natürlich auch eine Verantwortung, sich um dieses Tier zu kümmern. Aber dann hat man auch in meinen Augen die Verantwortung, den anderen Tieren gegenüber, sein Bestes zu tun, um so wenig Leid wie möglich zu verursachen. Und mit Bestes meine ich nicht, ich habe einmal veganes Futter ausprobiert, hat nicht geklappt, deshalb mache ich gar nichts mehr. Sondern, da muss man im Zweifelsfall halt mal verschiedene vegane Futter durchprobieren oder andere Methoden einschlagen, die vielleicht nicht cool sind. Vor allem, wenn man vegan lebt, aber da muss man das eigene Ego dann ein bisschen in Schatten stellen. Was meine ich damit? Vielleicht gibt es Möglichkeiten, meinem Metzger zu fragen, ob es Fleischreste gibt, die nicht mehr verkauft werden, die entsorgt werden würden, die man irgendwie noch zubereiten kann für Katzenfutter oder für Frettchen oder andere eben karnivore Tiere. Das ist mit Sicherheit keine schöne Erfahrung. Ich hätte auch keinen Bock, zum Metzger zu gehen und danach zu fragen. Aber wenn ich jetzt nun mal die Entscheidung getroffen habe, ein karnivores Tier aufzunehmen oder ich habe das vielleicht noch aus einer Zeit, wo ich nicht vegan war, mir darüber keine Gedanken gemacht habe und ich muss jetzt irgendwie das Beste tun, wäre das zumindest ein Szenario, was in meinen Augen, aus meiner Wahrnehmung, besser wäre, als einfach im Supermarkt das neue tierische Futter dann zu kaufen. Was man auch überlegen könnte, man könnte natürlich, wenn man jetzt sagt, die Katzen, die fressen das vegane Futter nicht, was übrigens mit speziellen Nährstoffen angereichert ist, die normalerweise dann im tierischen Fleisch vorhanden werden, ist unnatürlich, ja, ist mir aber egal, weil es geht nicht darum, ob etwas Natürliches oder nichts, sondern nur, ob es gesund ist, beziehungsweise auch ethisch vertretbar ist und nicht, ob es natürlich ist, weil, was ist schon natürlich, Tiere züchten ist per se nicht natürlich, also es ist immer lustig, wenn mir jemand sagt, aber Hunde zu vegan oder Katzen vegan zu nennen, ist total unnatürlich. Ja, das sind alles menschliche Züchtungen, das ist genauso unnatürlich, also kommen wir nicht mit Kreislauf des Lebens und so weiter, wenn all diese Tiere überhaupt nur durch menschliches Rumfuchteln da sind oder überhaupt kein natürliches Leben führen, nur beim Futter wollen dann die Leute plötzlich, dass der Hund wieder ein Wolf ist, wird gebürstet, bekommt eine Leine angelegt, bekommt einen Futternapf, schläft im Bett, aber beim Futter, ah, das ist ein Wolf, ja genau. Richtig, ne, macht Sinn. Das heißt, kommt mir hier nicht mit dem Natürlichkeitsargument. So, was man noch überlegen könnte, wenn jetzt diese Katze, oder das gilt auch für Hunde, wenn die absolut partout kein veganes Futter anrühren wollen, man hat alle Sachen probiert, auch dann muss man den Kopf nicht komplett in den Sand stecken, man kann ja dann immer noch versuchen, das Futter, was das Tier bis dahin gegessen hat, mit veganem Futter, ja, zu strecken, 50-50 zu machen, 70-30 oder 60-40, ne. So, dass man eben das tierische Futter so wenig wie nötig füttert. Weil selbst wenn man nur 50% Reduktion schafft, dann ist das ja immer noch etwas und besser als nichts. Wisst ihr, was ich meine? Das gilt natürlich nur für den Fall, wenn es wirklich nicht anders geht. Im besten Fall akzeptiert das Tier veganes Futter, wenn nicht, muss man eben irgendwo Abstriche machen und das Beste tun, was man kann. Wie gesagt, zum Metzger gehen, vielleicht Reste bekommen, vielleicht bei Supermärkten oder großen Händlern anfragen, ob die vielleicht Futtermittel haben, die abgelaufen sind, an die man irgendwie rankommen kann. Ich weiß nicht, ob da es eine Möglichkeit gibt, B-Ware zu bekommen, was falsch etikettiert wurde, etc. Da gibt es bestimmt auch wieder Schwierigkeiten und Hürden, die man dann auf sich nehmen muss. Aber das wäre auch was man anfragen kann. Da bin ich nicht, habe ich nie, nicht genug recherchiert. Das sind nur meine Gedanken. Man kann das Futter auf jeden Fall strecken, man kann natürlich tierisches und veganes Futter mischen, um so in Summe weniger tierisches benutzen zu müssen. Und dann ist mir gestern noch eine Idee gekommen, bei einem Gespräch mit zwei netten Menschen, mit denen ich Kontakt hatte, die auch hier den Podcast hören. Vielleicht hören sie gerade auch zu. Liebe Grüße an euch. Was man auch überlegen kann, Katzen oder anderen Carnivon-Tieren Muscheln zu füttern. Ich habe ja auch mal einen extra Podcast zum Thema Muscheln gemacht. Das müsst ihr auch ein bisschen durchscrollen. Ich persönlich, um es kurz zu machen, esse keine Muscheln. Schmeckt es mir nicht. Ich habe noch nie gegessen. Eckelt mich noch ein bisschen an. Aber in meinen Augen sind Muscheln nicht empfindungsfähig. Wie ich das interpretieren kann, die Datenlage aktuell. Oder das, was ich so hier und da gelesen, gehört habe. Da bin ich aber nicht zu 100% überzeugt. Für mich ist noch ein kleiner Rest, sagen wir 0,5% oder sowas, besteht noch die Chance, dass Muscheln doch irgendetwas fühlen können. Und solange für mich diese winzige Wahrscheinlichkeit besteht und nicht zu 100% für mich belegt ist, dass sie nichts spüren. Und solange noch ein Funken Hoffnung da ist, Hoffnung, was auch immer, da ist, dass sie etwas spüren, solange nehme ich den Weg und esse sie nicht. So, weil ich muss es nicht. Bin ich darauf angewiesen, schmeckt mir eh nicht. Also ist es für mich ein sogenannter No-Brainer. Muss ich nicht drüber nachdenken, dass ich das nicht mache, weil, wie gesagt, wenn irgendeine Chance besteht, dass sie irgendwas fühlen und ich brauche es nicht, ja, dann lasse ich es halt weg. So, wenn ich jetzt aber ein carnivores Tier wie eine Katze versorgen muss, weil ich sie ja gerettet habe oder sie ist vielleicht schon länger bei mir zu Hause, dann würde ich mir überlegen, okay, kann ich vielleicht Muscheln für diese Katze kaufen und ihr zubereiten. Müsste ja funktionieren. Sind reich an Proteinen, sind alle sogenannten tierischen Nährstoffe drin. Das heißt, es müsste erstmal eine Tabelle gucken, aber es müsste auch sowas wie Carnitin drin sein, es müsste Cholin auch drin sein, es müsste Taurin drin sein. Das heißt, rein theoretisch, müsste es funktionieren, Muscheln an Katzen zu verfüttern. Googelt das mal gerne nach, recherchiert das ein bisschen. Ist auch dumm, dass wir Recherchieren mit Google ein Synonym benutzen. Das heißt, ich sage nicht Google, sondern recherchiert mal nach, welche Nährstoffe sind in Muscheln enthalten. Vergleicht das mal dann mit Katzenfutter, was da für Nährstoffe enthalten sind und guckt eben, ob ihr da irgendwie vielleicht Muscheln an Katzen verfüttern könnt. Weil zumindest sind sie empfindungsärmer als Fische. Das ist mal sicher. Das heißt, bevor ich Standard-Katzenfutter kaufen würde, würde ich mich wahrscheinlich dazu entscheiden, Muscheln zu kaufen. Oder würde irgendwie das Futter mit Muscheln strecken, sodass ich wieder weniger von dem anderen kaufen muss, etc. Ja, dann kommt natürlich noch ein Thema. Es wird ganz schön lang, der Podcast hier wieder. Sollte nur eine kleine Folge werden, aber jetzt läuft es gerade. Katzen draußen laufen lassen ist auch so eine Sache. Ja, auf der einen Seite natürlich. Haben es die Tiere verdient, Auslauf zu haben? Auf der anderen Seite muss man natürlich auch darüber sprechen, dass da massives Leid daraus resultiert. Dass Mäuse und Vögel und Schlangen und andere Tiere darunter leiden, wenn Katzen draußen rumlaufen. Und das ist natürlich besonders ärgerlich wieder auch hier, wenn man extra Tiere züchtet, Katzen züchtet, die sehr, sehr effektive Jäger sind, bezogen auf kleine Beutetiere. Wenn man diese Tiere extra züchtet und dann draußen rumlaufen lässt, das sorgt natürlich für mega viel Leid. Mal abgesehen von dem Müll, von dem Katzenfutterleid und so weiter, von der Tatsache, dass Tiere im Tierheim leiden, wenn man eins vom Züchter kauft. Kommt natürlich noch dazu bei Katzen, dass sie draußen rumlaufen und dort auch noch für Leid verursachen. Das heißt ja, schlimm genug, dass es Katzen gibt, die schon gezüchtet wurden und die vielleicht draußen rumlaufen. Umso absurder ist es ja, noch mehr Tiere dieser Art zu züchten, die noch mehr draußen irgendwie Unfug treiben. Es ist ja nicht so, dass wir diese Katzen bräuchten, um ein Ökosystem aufrechtzuerhalten. Das ist natürlich eine verdammt dumme Idee, zu sagen, ja, wir töten alle Löwen, weil die fressen Antilopen. Ja, das ist keine gute Idee. Es wäre auch keine gute Idee, zu sagen, wir töten alle Haie, weil die fressen andere Fische. Das ist so, das ist scheiße für die Fische, die gefressen werden, aber da können wir halt nicht drauf eingreifen. Wir können nicht alle Haie ausrotten, weil dann sterben wir wahrscheinlich kurz danach. Dann bricht das ganze Ökosystem zusammen, dann haben wir auch nichts mehr davon. Aber extra Tiere zu züchten, die dann im Wald rumrennen oder auf Feldern und Mäuse jagen, das ist natürlich für einen Arsch. Was bringt denn das? Das hat ja nichts mit Ökosystemen zu tun. Das sind einfach nur durch Menschen eingebrachte Tiere, die wenn überhaupt das Ökosystem schwächen und nicht stärken. Das heißt, ich würde dafür plädieren, Katzen nicht draußen rumlaufen zu lassen. Klar, wenn man einen Garten hat, der eingezäunt ist, kann man das vielleicht noch alles übersehen. Aber die Tiere frei draußen rumzulaufen, finde ich persönlich nicht in Ordnung. Für eben all diese anderen Tiere. Für Menschen, die eben aus Profitgründen, um das mal kurz zusammenzufassen, Tiere züchten, um Spaß zu haben, das gilt für die Leute, die diese Tiere dann kaufen, aber genauso von der Verantwortung her für die Menschen, die diese Tiere züchten, das heißt Züchterinnen und Züchter, für die habe ich einfach nichts mehr übrig. Also wenn jemand aus Profitgründen, aus Geldgründen das Gleiche ist oder einfach nur aus Spaß, weil ich mag das, ich mache das gerne, aber das nicht anders als Spaß ist, Tiere züchtet und sie verkauft, da habe ich keinen Respekt für. In meinen Augen sollte das aus den genannten Gründen, die ich jetzt alle aufgezählt habe, verboten sein, Tiere zu züchten. Egal wofür. Um sie als Haustier zu verkaufen, als Ausstellungsstück zu verkaufen, als Sportgerät zu verkaufen, wie bei Pferden, die von manchen immer noch als Sportgerät angesehen werden, sollte verboten sein, die zu züchten, um sie zu essen, um ihnen die Haut abzuziehen, um an ihnen Medikamente zu testen, sollte einfach per se verboten sein, andere Tiere zu züchten. Fertig. Ich meine, wie kommt man eigentlich auf den Gedanken, Lebewesen als Ware zu verkaufen? Ich verkaufe dir fünf Hühner, fünf Stück Hühner, schreibe ich eine Rechnung, fünf Stück Huhn oder was? Das sind Lebewesen, das sind keine Stücke, das sind keine Produkte, das sind fühlende Lebewesen wie du und ich. Wie würdest du dich fühlen, wenn dich jemand als Produkt verkaufen würde? Wenn deine Eltern dich gezüchtet hätten sozusagen, oder dich geboren hätten, mit der reinen Intention, dich und deine Geschwister zu verkaufen? Natürlich wäre das nicht in Ordnung. Also wie kommt man auf die Idee, dass das für andere Tiere in Ordnung ist? Muss man schon in meinen Augen ein spezieller, ein spezieller Mensch sein, um sowas okay zu finden? Besonderer Mensch, sagen wir so. Ja, wie gesagt, über Hunde denken dann, die vielmeisten noch nach, wenn sie an Haustiere denken, aber das ganze Leid, etwas in den anderen Bereichen der Haustierhaltung passiert, wird dann nicht viel drüber nachgedacht. Also wie schon anfangs gesagt, winzige Käfige für Nagetiere zum Beispiel, oder auch Vögel, das habe ich schon als Kind grausel gefunden. Also Vögel in einem Käfig zu halten, ist schon auch besonders, also bei Tiere generell einzusperren, ist scheiße. Aber von der Idee her, Vögel einzusperren und Fische einzusperren, das ist doch, das habe ich schon als Kind nicht verstanden, warum man das macht. Wenn ich mir die Weiten des Ozeans vorstelle und vergleiche das mit einem Aquarium, das ist doch völlig absurd. Oder die Weiten des Himmels. Jeder, wenn man das Wort Freiheit hört, dann denkt man automatisch an Vögel. Vogel frei, wie ein Vogel, sehe denke ich immer, der ist frei, der kann fliegen, wohin er will. Viele Kinder haben wahrscheinlich den Wunsch, wenn man sie fragt, was würdest du dir gerne wünschen? Ich würde mir gerne wünschen, fliegen zu können, um frei zu sein. Und dann sperrt man dieses Tier, was quasi Freiheit symbolisiert, in einen Käfig ein, der winzig ist, wo das Tier niemals raus kann. Vielleicht maximal in der Wohnung fliegen kann. Wie absurd. Auch hier, schlimm genug, dass es Vögel und Papageien und andere spezielle Tiere gibt, die im Tierheim sind, die ihn zu Hause brauchen. Aber umso schlimmer ist es doch noch, neue Vögel zu züchten, wo man schon vornherein weiß, die werden niemals die Freiheit genießen können. Und auch wenn die gezüchtet sind, auch wenn die es quasi nicht anders kennen, haben die natürlich trotzdem einen Bewegungsdrang, weil es in denen drin ist. Es ist quasi in ihrer DNA. Also bis wenn man Menschen auf die Welt bringt und wird die für ihr Leben lang in den Keller einsperren, kann man ja auch sagen, ja gut, die kennt das gar nicht anders, hat nie Freiheit, hat nie Licht gesehen. Ja, natürlich, trotzdem wird es diesem Menschen dann schlecht gehen, weil es im Menschen drin ist, Bewegung haben zu wollen, einen Bewegungsdrang zu haben, ob du es kennst oder nicht. Willst du dich bewegen? Du willst raus, willst frische Luft haben, willst, ja, frei sein. Das ist in dir drin, ob du es kennst oder nicht. Das heißt, man kann nicht sagen, ja, der Fischchen habe ich gezüchtet, der kennt das, der kennt den Ozean nicht, der kennt die Weiten nicht, deshalb ist das Aquarium okay. Nee, wäre bei Menschen genauso wenig okay. Und dann noch, Fische als Wildfang einzufangen, also züchten, Banane, klar, aber Fische als Wildfang in einem Fluss, im Amazonas oder im Ozean, im Indischen Ozean sonst wo einzufangen, um die dann in Köln oder sonst wo in ein kleines Pipi-Aquarium zu setzen, mit anderen zusammen, die er sich nicht ausgesucht hat, als Partner zu haben oder als Geselle zu haben, das ist doch einfach nur eine Kackidee. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, das gut zu finden oder das irgendwie zu rechtfertigen. Weil der einzige Grund, der dafür spricht, das zu machen, ist doch der Spaß, weil man sich die Fische gerne anguckt. Fische sind aber keine schwimmende Deko, das sind auch hier wieder fühlende Lebewesen. Und die einzusperren, nur aus Spaß, welcher Punkt spricht denn sonst noch dafür? Das ist nicht gut für das Ökosystem, nicht gut für die Umwelt oder Mitwelt. Was hat denn das für einen Vorteil, Fische einzufangen und im Aquarium einzusperren? Was hat denn das für einen Vorteil, außer, ja, ich mag das heute, die sind schön. Aber das ist doch nicht okay. Ist doch nicht okay, wenn man das selber schön findet. Deshalb will ich jetzt ein bisschen zum Ende kommen. Das heißt, wenn man bedenkt, welche Probleme aus Haustierhaltung entstehen, die ganzen Fäkalien, die Kotbeutel und so weiter, der Müll, der durch Futter entsteht, das Leid, was durch das Tierfutter entsteht, wenn es tierische Herkunft ist, allein das Leid, was durch die Zucht entsteht, durch die nicht geretteten Tiere im Tierheim und so weiter, was da alles für einen Rattenschwanz, passender Ausdruck für den Podcast, was da alles dranhängt, sollte man in meinen Augen ernsthaft drüber nachdenken, Haustierhaltung beziehungsweise Haustierzucht, generell Tierzucht, zu verbieten. Wie gesagt, Tiere müssen gerettet werden, ja, aber sollten wir an den Punkt kommen, wo die Tierheimen leer sind, sollte, auch schon vorher, sollte es, meine Meinung, ein Verbot geben, Tiere zu züchten. Für irgendeinen Zweck. Das ist meine Meinung. Wie gesagt, das ist die eine Sache, dass es diese Tiere schon gibt, aber obendrauf noch welche zu züchten, ist natürlich scheiße. Und vor allem dann zum Beispiel bei Katzen, diese Tiere so zu züchten, bei denen man genau weiß, dass es in Leid resultiert, weil A, die brauchen vielleicht tierisches Futter, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es nicht anders ginge, und B, die laufen draußen rum und verursachen dort Leid, weil sie Mäuse fressen, kleine Vögel fressen und so weiter. Ein Tier zu züchten, wo man von vornherein weiß, dass es Leid verursacht, ist doch nicht in Ordnung. Wie gesagt, die eine Sache, dass es Tiere draußen gibt, die andere Tiere fressen, das finde ich grausam, das habe ich mir aber nicht ausgedacht, da kann ich auch nichts gegen tun. Aber extra noch ein Tier in die Welt raus zu pushen, eine Killermaschine quasi zu erzeugen, nur weil ich süß finde, finde ich absurd irgendwie. Das ist ja wie, das ist ja wie Menschen zu züchten, bei denen man sicher sein kann, dass sie einfach aus Spaß Kinder belästigen oder andere Menschen belästigen oder töten. Nur Spaß. Ich würde doch nicht einen Menschen züchten, von dem ich genau weiß, dieser Mensch wird andere Menschen belästigen oder zum Spaß töten. Und das ist genau das, was bei Katzen passiert. Man züchtet diese Tiere und nimmt willigend in Kauf, dass sie andere Tiere aus Spaß oder aus was auch immer für Gründen töten werden. So, das finde ich nicht okay. Aber Marc, das ist doch der Kreislauf des Lebens. Nee, wie gesagt, ist nicht der Kreislauf des Lebens, das ist einfach menschliches Versagen in Form von Sucht. Hat nichts mit Kreislauf des Lebens zu tun, ist einfach nur menschliches Versagen. So, sollte eine kurze Folge werden, ist uns doch ein bisschen näher geworden. Ich hoffe, dem habt ihr nichts Negatives beizufügen. Ich bin raus. Danke euch fürs Zuhören. Lasst gerne mich wissen, wie euch die Folge gefallen hat. Ihr könnt, ich habe es ja kurz angesprochen, ich habe gestern Abend noch mit zwei lieben Menschen, die den Podcast hier hören, gesprochen. Ihr könnt mich jederzeit erreichen. Schreibt mir am besten eine E-Mail. Instagram geht auch. E-Mail ist noch einfacher. Und dann kontaktiert mich. Schickt mir Vorschläge für neue Folgen. Wenn ihr Fragen habt zu irgendeiner Folge, wenn ihr irgendwie irgendein Problem, irgendeine Sorge habt, über die ihr reden wollt, ich tue mein Bestes, um ein offenes Ohr zu haben, um euch zu antworten, um gegebenenfalls auch mit euch zu quatschen. Ist alles möglich. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns, hören uns, besser gesagt, in der nächsten Folge wieder. Bis dorthin. Macht's gut. Lasst die Tiere in Ruhe. Ciao.